Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück jetzt zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal mit den schönsten Menschen der Welt. Gerade Shoutouts gehen raus an Sarah, Lena und Saskia. Ihr seht heute wirklich fantastisch aus. Vielen Dank für Seinsschalten. Freunde, ich freue mich sehr. Wir haben Surprise-mäßig, zumindest war es für mich eine Surprise, ich glaube aber, es war auch für die Allgemeinheit eine Überraschung, einen Remix bekommen von Wildberry Delay mit keiner geringeren als Juju zusammen. Und wenn ihr eins über mich wisst, dann wisst ihr vielleicht meinen Namen und wie ich aussehe, ja, aber auch, dass ich ein sehr großer Juju-Fan bin, genauso wie ich ein sehr großer Nina Trooper-Fan bin, packst du die beiden Sachen zusammen, müsste was Gutes bei rauskommen. Ich freue mich sehr, ich habe drei Sekunden von dieser Hörprobe gehört, bis Jujus Part quasi anfing, da habe ich ausgemacht, weil ich alles für die Reaction sehen wollte, aber ich habe gesehen, wir kriegen auf jeden Fall ein fettes Musikvideo und ich freue mich sehr drauf. Falls ihr neu seid, checkt gerne meine älteren Reactions ab, wir haben zu sechs, sieben Sachen von Nina was gemacht und zu gefühlt allen Sachen eigentlich von Juju eine Reaction gemacht. Ich werde euch oben ein paar Sachen ins i packen, ansonsten müsst ihr einfach mal ein bisschen durchstöbern und dann würde ich sagen, hören wir rein, ich bin wirklich sehr, sehr gespannt und freue mich unfassbar doll drauf. Wir sind live in der Premiere, ich versuche das Ding so schnell hochzuladen, wie es geht. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr wollt und ich lese wie immer alle Kommentare und freue mich sehr drüber, was ihr so schreibt, deswegen, ja, let's go, Junge. Ich bin gespannt. Holy shit, bin ich gespannt. Hi. Oh mein Gott, Junge. Wir haben auch übrigens finally jetzt das Wildberry-Lilay-Musikvideo bekommen. Was ist deserved? Was ist einfach deserved, Bro? Bei Marvel, ich hab Hunger, also nehmen, ich nähe alles vom Buffet, will ein Haus für meine Mama an der Küste von Catania, zum Frühstück-Kanapes und ein Wild-Berry-Nee, oh mein Gott, nice. Ey, besser passt das natürlich nicht, einfach mit Schweppes Wild-Berry gesponsert unter das Video, Junge, besser geht's doch nicht. Ich würde gerne übrigens diesen Eiswürfel, wo sie eben drauf saß, anfassen. Ich glaube, der fühlt sich sehr gut an. Ich liebe diese Ernstmusik, Junge. Nina ist auf Plakaten. Vertraue mir, Nina ist jetzt auf mehreren Plakaten. Dass alle meine Freunde bei mir wohnen in der Straße. Ich will immer was, ich will alles, ich will fliegen wie beim Marvel. Ich hab Hunger, also nehmen, ich nähe alles vom Buffet. Ich hätte mal eigentlich einen Wild-Berry-Delay für die Reaction hier machen sollen. Chance vertan, leider. Zum Frühstück-Kanapes und dein Wild-Berry-Lee-Lee. Wenn du bist, stört mich beim Shopping, mein Ex ruft an, ich block ihn. Dieser Benzer gefällt mir, ich copy ihn. Deutsch-Rap auf Craig am Kotti, ich will immer was schwimmen. Oh mein Gott, dieser Einstieg ganz kurz. Kann man in der Premiere richtig zurückspulen? Ich weiß es bis heute nicht, Digga. Ich mach das seit fünf Jahren jetzt. Keine Ahnung, Digga. Der Einstieg von Juju. Holy Shit, dieser Einstieg von Juju, Junge. Very Lily. Welche Bitch stört mich beim Shopping? Mein Ex ruft an, ich block ihn. Dieser Benzer gefällt mir, ich copy ihn. Deutsch-Rap auf Craig am Kotti. Ich will immer was schwimmen, Vermächtnis. Jede Zeile von mir bleibt in deinem Gedächtnis. Ich sag's wie es ist, Mann. Ich sag's wie es ist. Das ist doch das Ding. Mehr wollte ich doch gar nicht. Und Gold, wenn's echt ist. Früher hatte ich nix auf dem Esstisch. Heute wollen mich alle nur belabern. Sie wollen mich unten sehen, doch ich will Dallas. Ich will Prada. Gib mir Balenciaga. Das ist nicht mein Freund, Bitch. Das ist mein Fahrrad. Da wo ich herkomm. Junge, ich sag's wie es ist. Dieser Flow passt so gut zu Juju. Das ist irgendwie auch ein anderer Flow. So, keine Ahnung. Auch wie sie Dallas ausgesprochen hat und so. Ist ungewohnt nice. Jeder von Kindergeld. Kaufe den Kudamm leer und auch das Internet. Weil guck, jetzt fliegen die Scheine mir hinterher. Ja Mann, ich fliege und scheine wie Tinkerbell. Ich will Immos. Ich will Dallas. Oh mein Gott, Juju singt mit. Wie bei Marvel. Sie hat eben beim Anfang mitgesungen. Ich will ein Haus für meine Mama an der Küste von Cartania. Das ist ein krasser Part von Juju. Holy shit. Diese Eiswürfel sehen so gut aus, Junge. Ich möchte gerne darauf liegen. Ich lieb's, wie sie im Humor auch mit einem Musikvideo machen. Ich will Immos. Ich will Dallas. Ich will fliegen wie bei Marvel. Zum Frühstück-Kanapes. Und ein Whiteberry-Lili. Ich will Immos. Ich will Dallas. Ich will fliegen wie bei Marvel. Zum Frühstück-Kanapes. Und ein Whiteberry-Lili. Den hätte ich jetzt gerne mitgetrunken. Ich sag's, wie das ist. Holy shit, wie gut war das? Wie gut war dieser Remix? Ich liebe, dass wir nicht ganz viel verändert bekommen haben. Dass es immer noch dieser Basic-Song ist, aber nicht der Beat auf einmal ganz anders ist und alles geändert wurde, sondern wir haben einfach einen geilen Part von Juju mit reinbekommen, der unfassbar gut gepasst hat. Holy shit, was ein Einstieg war dieser Part und wie gut war dieser Part von Juju. Ultra gut auf dem Beat. Ungewohnter Flow irgendwie für Juju, aber richtig nice ungewohnt und hat mich voll gecatcht. Ich hätte mir gewünscht, dass sie am Ende vielleicht die Hook einmal komplett mitsingt, weil Juju hat auch eine sehr schöne Gesangsstimme, wie ich finde. Bei Hi Babe zum Beispiel merkt man das. Da hätte ich mir das gewünscht, dass sie einmal mitsingt komplett, aber all in all, mein Fanboy-Herz, was hier ungefähr drin sitzt, hier. Doch, doch, war richtig. Hier sitzt es. Das ist glücklich und ich bin zufrieden, Mann. Geiles Ding geworden. Ich hoffe, ihr seid auch happy damit. Und das Ding will ich nächste Woche. Wenn ihr DJ seid, ja, morgen ist Freitag, oder? Spielt das Ding. Einfach mal so wiki wiki und dann zack rein. Die Leute würden sich freuen. Ich sag's, wie es ist. Ich würde mich auch freuen. Hab einen wunderschönen Tag. Bleibt bitte so gut aussehend wie immer, ja? Und dann sehen wir uns. Tschüss.